saß leute hier ist der racer und willkommen zurück zu warlor nein war loran ich bin mir jetzt nicht sicher wie genau man es ausspricht war loran oder war loran keine ahnung ich will mal schauen ob ich die störung noch weiß oh mein gott was zum teufel hat er für einen laufweg oder oben ist auch wenn das geht aber zu sein oder das war nicht gut das war nicht gut was drücke ich denn da was habe ich getan habe ich die spiegel zerstört ich habe das spiel zerstört auf jeden fall blicken die monster nicht mehr durch ich selber auch nicht bitte gib mir einfach die nächste tür alter was ist das was habe ich getan hallo hallo ich muss muss jetzt wirklich schnell ins hauptmenü was habe ich getan glaube ich bin aus versehen auf 0 gekommen was auch auch das menü aufruft und das hat das game dann verglitscht so habe ich herausgefunden herausgefunden dass wir nicht durch die tür da oben gehen und hier zwei monster sind und in notfall gibt es jolo richtung nächsten raum weil das auch reicht bitte sag mal nicht dass ich hier kisten schieben und ziehen muss das sind beide unten jetzt meinst wichtig da kann ich nicht drüber springen stopp stopp es nicht mehr tot erst mal weiß ich kaum was das von uns dessen 2 wo zum teufel soll ich eigentlich hingehen das beste ist halt einfach dass mein typ sagt weil es genau was wir machen muss Ich denke mir, ja, wäre schön, wenn ich das auch wissen würde. Wahrscheinlich muss ich auf beiden Seiten was machen. Das ist der Moment, ich laufe einfach nach rechts und laufe dem Viech von entgegen. Bitte komm jetzt nicht nach oben gelaufen. Wenigstens geht das, weil das sogar weg war. Nein. Nicht nach oben, nicht nach oben, nicht nach oben. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Bitte laufe nach rechts und längst zu Typ. Ist schon wieder so eine Kiste, ich weiß nicht, wo ich die hin... Ach, ich muss die Kisten mitschieben, dass ich dann hier die Sachen machen kann. Kann das sein? Jawohl, hier ist kein Gegner. Ich muss nicht wirklich auf jedes dieser Teile eine Kiste schieben. Doch. Ist nicht denen sein Ernst? Geul. Noch nicht weit genug. Okay, ich habe keine Ahnung, was genau ich machen muss. Hier komme ich schließlich noch nicht rüber. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe hier Kisten. Wisst ihr was? YOLO. Oh mein Gott, YOLO war dumm. YOLO war richtig dumm. Ne, geht sogar. Jawohl, läuft. Schönes Ding. Für Notfälle immer den Finger auf den Sprint-Button. Los geht es. Im Alter. Ihr stimmt. N norms. N norms. Oh mein Gott, noch einer. Noch einer. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Was sind beide? Ich habe es gewusst. Ich versuch's gar nicht erst mehr. Gar nicht mehr. Ach, das ist immer wieder der gleiche Raum, durch den ich gegangen bin. Und ich kann schräg laufen. Noch einer. Das sind zu viele. Was habe ich rausgefunden? Es ist richtig behindert. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich ziehe einfach einen Yolo in den nächsten Raum. Oh Gott. Okay. zwei schalter gedrückt ob das jetzt gereicht hat weiß ich nicht nee hat nicht gereicht der typ hat keinen bock mehr mit mir zu reden wenn er meint dass es nötig ist das bringt mich verdammt noch mal nicht weiter weil ich absolut null ahnung habe wie ich weiter kommen sollte was die sich denken ist klar dass es was mit den kisten zu tun hat das was hat es mit denen zu tun singen sie fest geil kann ich die hier durch die tür drücken man kann türen nicht kisten nicht durch türen schieben schön zu wissen bringt mir das nix aber das bringt mir jetzt nichts ist richtig weil ich einfach keine ahnung habe was ich machen soll ich weiß dass ich mir eine brücke bauen muss ich habe keine ahnung wie vielleicht muss ich die da runter schieben die kisten geht es jawohl jawohl so geht es ah der schalter ist wahrscheinlich der wichtige hat er was hat denn der bewirkt was war denn das jetzt mich verarschen ach so waren das alle ist es der gleiche raum oder eine ist schon gedrückt ist es einmal im kreis es ist eh klar die räume sind alle gleich aufgebaut geht er nicht ich weiß übrigens überhaupt nicht mehr was ich gerade tue ist auch keinem bis jetzt aufgefallen also dass ich komplett ohne irgendwelche ahnung zu haben blöd durch die gänge sprint die ganzen monster auslass hier ist nichts wo bin ich denn jetzt ich weiß überhaupt nicht mehr wo ich bin lol da ist ein monster drin mich verarscht hey da ist doch gerade was hochgelaufen habt ihr das auch gesehen oben am bildrand ungefähr hier ist sowas gelaufen gerade was bin ich jetzt blöd natürlich war da was ja fick dich doch wo bin ich denn jetzt in Deutschland bin ich denn jetzt ein monster komplett nicht gefickt und da wird es rausgehen plus wo genau muss ich hin ah schön ist auch geil ich spiele richtig ohne Ahnung zu haben ich mache irgendwas weil ich den Plan nicht blickt, den er vorhat ich habe den rechten Schlüssel geil ich darf nicht jetzt den ganzen Weg wirklich zurück durchs Wasser fuck ich habe mit dem Viech nicht gerechnet ah es hat mich gerannt alter da sind mehrere zieh an bitte bleib nicht an der Säule hängen ich glaube ich bin am Arsch er rampt nicht tschüss 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 Wenn ich den Teil, wenn ich das jetzt überlebe, dann bin ich einfach nur happy. Aber ich glaube, das schaffe ich. Wow! Spawn-Teller, so wie nach rein ist der Irre. Was ist los mit dem? Alter, gleich zweimal Speichern auf, nur muss ich hier gehen halt. Den einen Schlüssel habe ich jetzt schon. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich den auf der anderen Seite kriege, um weitergehen zu können. Na, den tue ich auf jeden Fall mal rein. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Teil? Ah, ich muss beide gleichzeitig haben. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu einem Fabrik hinzufügen. Und hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Warlord N wiedersehen. Servus Leute!